Hallo zusammen, willkommen auf unserem Kanal. Rachel ballte ihre Faust und schlug mich ohne Vorwarnung heftig in meinen schwangeren Bauch. Der plötzliche Schmerz ließ meine Welt sich drehen und ich stieß einen verzweifelten Schrei aus. Mein Körper sackte zu Boden, und ich spürte einen seltsamen Schub von Flüssigkeit, meine Fruchtblase war gepjatzt. Panik ergriff mich und ich schrie, ah, jemand, bitte hilf, kämpfend gegen die Schmerzen gelang es mir irgendwie, meine Schwiegermutter anzurufen, bevor alles schwarz wurde. Mein Name ist Angela, ich bin eine 32-jährige Frau und neun Monate schwanger. Mein Mann und ich sind auf dem Weg, seine Familie zu besuchen, die nur 30 Minuten entfernt wohnt. Wir gehen normalerweise ein paar Mal im Monat dorthin, aber heute ist etwas Besonderes. Meine freundliche Schwiegermutter macht ihren berühmten Pfirsiskuchen, ein Gericht, das ich schon lange vermisst habe. Sie hat seit dem Verlust ihres Mannes im letzten Jahr viel durchgemacht, aber sie freut sich darauf, zum ersten Mal Großmutter zu werden. Allerdings sind nicht alle begeistert. Meine Schwägerin Rachel kämpft seit sechs Jahren mit Unfruchtbarkeit und hat vor zwei Jahren mit Fruchtbarkeitsbehandlungen begonnen, aber leider hat nichts funktioniert. Diese Situation hat sie reizbar und distanziert gemacht. Normalerweise versucht meine Schwiegermutter, uns einzuladen, wenn Rachel nicht in der Nähe ist, um Konflikte zu vermeiden. Aber heute tauchte Rachel unerwartet auf. Lange nicht gesehen, Angela. Du siehst aus, als hättest du viel zugenommen. Bist du sicher, dass du nicht einfach nur faul bist, weil du schwanger bist? Sie spottete und verengte die Augen. Ich fühlte, wie mein Gesicht heiß wurde, aber bevor ich antworten konnte, mischte sich mein Mann ein, Rachel, sie ist neun Monate schwanger, ihr Bauch soll groß sein. Du kannst nicht so mit ihr reden, Rachel verdrehte die Augen. Ich sage nur, es ist schlecht für das Baby, wenn die Mutter zu viel zunimmt. Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit, danke, Rachel. Ich werde versuchen, vorsichtiger zu sein, antwortete ich leise, ohne die Situation eskalieren zu lassen. Aber sie war noch nicht fertig. Steh nicht einfach da. Wenn du so viel Energie hast, um zurückzureden, warum fängst du nicht an, das Haus zu putzen? Ein bisschen Bewegung würde nicht schaden, sie schwang einen Besen und eine Kehrschaufel nach mir, bevor ich reagieren konnte. Meine Schwiegermutter trat ein. Rachel, genug! Angela ist unsere Gästin und ist hier, um sich zu entspannen, Rachel schnaubte und stapfte die Treppe hinauf, sodass wir eine angespannte Stille zurückblieben. Trotz des holprigen Anfangs verlief der Rest des Tages angenehm. Wir genossen den Pfirsiskuchen, tranken Tee und unterhielten uns, obwohl Rachel sich in ihrem Zimmer versteckt hielt. Ich versuchte, mich nicht von ihrer Einstellung stören zu lassen, aber ein paar Tage später änderte sich alles. Ich ging allein zu den Schwiegereltern, um einige Pläne mit meiner Schwiegermutter zu besprechen. Zu meiner Überraschung war die Haustür unverschlossen, und als ich hereinkam, fand ich Rachel im Wohnzimmer vor. Ich dachte, du arbeitest heute, sagte sie mit einem Grinsen. Ich habe mir den Tag freigenommen. Sieh ich, du bist wieder da. Warum machst du dich nicht nützlich und räumst das Durcheinander auf, das du letztes Mal hinterlassen hast, mir geht es heute wirklich nicht gut, antwortete ich und hielt meinen Bauch. Ich bin nur gekommen, um mit Mama zu reden, hör auf, Ausreden zu erfinden. Denkst du, schwanger sein bedeutet, dass du einfach nur rumliegen kannst, schnippte sie. Versucht, einen Streit zu vermeiden, nahm ich den Besen auf, aber als ich mich bückte, um zu fegen, schoss ein stechender Schmerz durch meinen Bauch. Bevor ich es verarbeiten konnte, schlug Rachels Faust in meinen Bauch. Ich krümmte mich vor Schmerz zusammen, keuchte und meine Sicht verschwamm. Ein warmer Flüssigkeitsstrom strömte plötzlich heraus, meine Fruchtblase war geplatzt. Ah, jemand, bitte hilf, schrie ich, während ich meinen Bauch umklammerte. Rachels schaute nur zu, ihr Gesicht verzerrt vor Wut und Zufriedenheit. Verzweifelt tastete ich nach meinem Telefon und wählte meine Schwiegermutter, bevor alles dunkel wurde. Als ich aufwachte, lag ich in einem Krankenbett, mein Körper schmerzte und ein Infusionstropfen war in meinem Arm. Panik ergriff mich, als ich auf meinen nun flachen Bauch schaute. Was ist mit meinem Baby, flüsterte ich und drückte den Rufknopf. Eine Krankenschwester kam herein und lächelte sanft. Du bist früh in die Wehen gekommen, aber dein Mädchen ist sicher. Sie ist auf der Intensivstation und stabil, Erleichterung überkam mich, gefolgt von einer Welle der Wut. Rachel hatte mich verletzt und auch meinem Kind wehgetan. In diesem Moment stürmten mein Mann und meine Schwiegermutter in den Raum, ihre Gesichter von Sorge gezeichnet. Bist du okay? Wir sind so schnell wie möglich hierher gekommen, fragte mein Mann, seine Stimme zitterte. Rachel hat das getan, schaffte ich es zu sagen, Tränen liefen über mein Gesicht. Sie hat mich geschlagen, meine Fruchtblase geplatzt und ich, meine Schwiegermutter sagte sanft, ihre eigenen Augen feucht, sie wird damit nicht durchkommen. Am nächsten Tag, als ob sie unsere Entschlossenheit testen wollte, erschien Rachel mit ihrem Mann im Krankenhaus. Lassen Sie uns das klären, sagte sie nüchtern. Wir bezahlen sie, wenn sie keine Anklage erheben, mein Blut kochte. Bist du wahnsinnig? Du hast das Leben meines Babys gefährdet, schrie ich. Rachel's Mann sagte nur, nimm das Geld, Angela. Es erspart uns allen viel Ärger, nein, ich sehe dich vor Gericht, ich schnappte, geh weg, bevor sie antworten konnten, griff mein Mann ein, du glaubst, du kannst dich damit wegkaufen? Du hast Glück, dass ich nicht wegen versuchten Mordes klage, Rachel's selbstgefälliger Ausdruck wich, und sie stotterte etwas von einem Unfall, aber wir hatten genug gehört. Mein Mann und ich erstatteten noch am selben Tag Anzeige. Der rechtliche Prozess war zermürbend. Rachel versuchte, das Opfer zu spielen, behauptete, sie habe nicht absichtlich verletzt und sei nur frustriert gewesen, aber die Beweise sprachen lauter. Mit meiner Aussage, medizinischen Unterlagen und Zeugenaussagen wurde sie der Körperverletzung für schuldig befunden. Das Gericht ordnete an, dass sie eine Geldstrafe zahlen und an verpflichtenden Beratungen teilnehmen muss. Danach beschlossen mein Mann und ich, weit weg zu ziehen. Wir änderten unsere Telefonnummern und brachen alle Kontakte zu Rachel und ihrem Mann ab. Es war schmerzhaft für meine Schwiegermutter, aber sie verstand, dass wir unsere Familie schützen mussten. Einige Monate später war unser kleines Mädchen stark genug, um nach Hause zu kommen. Als ich ihr winziges, lächelndes Gesicht betrachtete, fühlte ich einen Frieden. Der Albtraum war vorbei und wir waren endlich frei von Rachels Gift. Rachels Leben hingegen brach zusammen. Ihr Mann verließ sie, und sie kämpfte darum, über die Runden zu kommen. Trotz allem empfand ich keine Genugtuung über ihren Niedergang. Ich war zu sehr auf das Heilung und Glück meiner eigenen Familie konzentriert. Am Ende wurde Gerechtigkeit geübt und wir gingen weiter. Unsere kleine Familie war sicher, glücklich und stärker als je zuvor. Rachels rücksichtsloses Verhalten an diesem Tag zeigte, wie instabil sie geworden war. Selbst nach dem Übergriff schien sie kein Bedauern zu empfinden. Mit der Unterstützung meines Mannes und meiner Schwiegermutter gingen wir voran und reichten Anzeige ein, aber wir wussten, dass das nicht das Ende war. Ein paar Wochen später zogen wir in eine neue Wohnung in einer anderen Stadt, um die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Meine Tochter erholte sich langsam und wir begannen, uns in unsere neue Routine einzufinden. Das Leben fühlte sich wieder normal an. Eines Abends ruhte ich mich auf dem Sofa aus, immer noch mit den Nachwirkungen meiner Operation beschäftigt, als ich ein lautes Klopfen an der Tür hörte. »He, ich weiß, dass du hier drin bist, Angela.« »Komm jetzt raus, Feigling«, rief Rachels Stimme von draußen. »Ich erstarrte ungläubig.« »Wie hatte sie uns gefunden?« Mein Mann war noch bei der Arbeit und ich spürte eine Welle der Angst über mich hinwegrauschen. Ich atmete tief durch und versuchte, ruhig zu bleiben. »Rache, was zur Hölle machst du?« schrie ich zurück durch die Tür. »Dein Geschrei stört alle.« »Bitte geh weg.« »Egal, wie oft ihr euch versteckt, ich finde euch«, schrie sie, ihre Stimme brach vor Verzweiflung. »Du musst mir zuhören.« »Es ist deine Schuld, alles ist für mich auseinandergefallen, ihre Worte ergaben keinen Sinn, aber die Wut in ihrer Stimme war furchterregend.« »Ich wusste, ich konnte die Tür nicht öffnen.« Es lebten Familien und ältere Menschen hier, und obwohl es spät war, schien ihr nicht bewusst, dass ihr Geschrei durch das stille Gebäude heilte. »Rache, es tut mir leid, dass du wütend bist, aber du musst jetzt gehen.« »Ich rufe die Polizei«, sagte ich fest, »Kraft in meiner Stimme.« »Bitte, Angela, hör mir zu«, flehte sie und klopfte noch heftiger. »Du hast alles ruiniert.« »Es ist deine Schuld.« »Ich habe meinen Mann und mein Leben verloren.« »Es ist nicht fair, dass du glücklich sein darfst, während ich unglücklich bin«, Tränen füllten meine Augen, als ich meinen Rücken gegen die Tür drückte. Sie machte keinen Sinn. Es schien, als sehe sie meine Schwangerschaft als eine Art Wettbewerb, das sie verloren hatte. Aber das war kein Wettbewerb. Ich hatte nie die Absicht, ihr weh zu tun, und ich konnte nicht verstehen, warum sie mich beschuldigte. »Rache, du brauchst Hilfe«, rief ich sanft. »Dich zu verletzen, wird nichts lösen«, ihre Stimme wurde wieder giftig. »Du hättest warten sollen, bis ich schwanger bin.« »Du hättest meine Gefühle berücksichtigen sollen, du hättest es tun sollen, ich hörte den Rest ihres Wutausbruchs nicht mehr, denn gerade dann ertönte Sirenen von draußen.« Es schien, als hätte einer der Nachbarn die Polizei gerufen. Rachel musste das auch gemerkt haben, denn sie geriet in Panik. »Nein, was meinst du, die Polizei ist hier«, wimmerte sie, ihre Stimme zitterte. »Angela, bitte lass sie dich nicht mitnehmen.« »Du musst mich verstecken«, trotz ihrer Bitte blieb ich still. »Ich würde sie nicht beschützen.« »Ich wusste, sie brauchte professionelle Hilfe, und vielleicht wäre dies der erste Schritt.« Die Beamten kamen und begannen, sie direkt vor unserer Tür zu befragen. Durch den Türspalt erklärte ich die Situation, und gerade dann kam mein Mann nach Hause. Als ich ihn sah, brach ich in Tränen aus und erzählte ihm, was passiert war. Er wandte sich an die Beamten, sein Gesicht ernst, »Sie müssen sie wegbringen«, er sagte fest, »Sie ist gefährlich«, Rachel wurde in Handschellen abgeführt und fortgebracht, immer noch schreiend, dass ich ihr helfen sollte. In dieser Nacht rief Rachels Mann an, seine Stimme zitterte und war verzweifelt, »Angela, ich lasse Rachel scheiden.« »Ich halte sie nicht mehr aus.« »Bitte zieh mich nicht in diesen Mist rein«, ich war von seiner plötzlichen Erklärung erschüttert. »Was? Du wirst sie einfach verlassen, ja, ich muss es tun«, sagte er nüchtern. »Wenn ich es nicht tue, verliere ich meinen Job.« Der Skandal bei der Arbeit ist zu viel. Mein Chef hat erfahren, was im Krankenhaus passiert ist, und ich werde bereits in ein Regionalbüro versetzt. »Ich kann weiterhin nicht für sie bürgen.« »Bitte lass mich daraus raus«, ich legte auf, ein Wirrwarr von Gefühlen in mir. Ein Teil von mir fühlte Mitleid mit ihm, aber ein anderer Teil konnte nicht vergessen, dass er an Rachels Seite stand, als sie versuchte, uns zu bestechen. Er war genauso schuldig wie sie. In den folgenden Wochen zerfiel Rachels Leben weiter. Der Rechtsstreit erschöpfte ihre letzten Ersparnisse und ihr Ruf war ruiniert. Sie zog von Freund zu Freund, aber ihr Verhalten stieß alle ab. Schließlich hatte sie keine andere Wahl, als Teilzeitjobs anzunehmen, nur um zu überleben. In der Zwischenzeit taten mein Mann und ich alles, um unser Leben wieder aufzubauen. Wir änderten erneut unsere Telefonnummern, brachen alle Kontakte ab und konzentrierten uns auf die Gesundheit unserer Tochter. Sie wurde einige Monate später aus dem Krankenhaus entlassen, und es war jede Anstrengung wert, sie jeden Tag stärker werden zu sehen. Eines Tages, während ich mein kleines Mädchen friedlich in ihrer Wiege schlafen sah, fühlte ich eine tiefe Dankbarkeit. Wir hatten so viel durchgemacht, aber wir waren endlich frei von Rachels toxischem Einfluss. Meine Schwiegermutter blieb weiterhin mit uns in Kontakt und entschuldigte sich bei jeder Gelegenheit. Obwohl es schmerzhaft war, verstand sie, warum wir Abstand halten mussten. Es hieß, dass Rachel tief in Schulden geraten war, keine Freunde, keine Familie und keinen Ort, an den sie sich wenden konnte. Sie schaffte es kaum, über die Runden zu kommen. Trotz allem, was sie mir angetan hatte, konnte ich nicht anders, als einen Anflug von Mitleid zu verspüren. Aber dann erinnerte ich mich an die Angst, die ich empfunden hatte, als sie vor meiner Tür stand und mich anschrie. Ich erinnerte mich an den Schmerz und das Risiko, den sie meine Tochter ausgesetzt hatte. Dieser Anflug von Mitleid verschwand so schnell, wie er gekommen war. Rachel hatte ihre Entscheidungen getroffen und jetzt zahlte sie den Preis. Nach all dem Tumult beschlossen mein Mann und ich, dass es Zeit für einen Neuanfang war. Wir zogen in eine neue Stadt, weit weg von allen Erinnerungen an die traumatische Vergangenheit. Wir fanden neue Freunde, eine unterstützende Gemeinschaft und begannen, uns auf unsere gemeinsame Zukunft als Familie zu konzentrieren. Langsam begannen die Narben, die Rachel hinterlassen hatte, zu heilen. Meine Tochter wurde jeden Tag stärker, ihr Lachen erfüllte unser Zuhause mit Freude. Als ich ihr Lächeln beobachtete, wusste ich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen hatten, für unseren Frieden zu kämpfen. Rachels Geschichte endete jedoch auf einer traurigen Note. Ihr Ruf war zerstört und sie hatte keine Unterstützung mehr. Sie wurde zu einem Schatten der Person, die sie einmal war. Ich fürchtete sie nicht mehr, aber mir war auch ihr Schicksal egal. Mein Fokus lag auf dem Glück meiner Familie, und das war alles, was zählte. Am Ende hatten wir unsere Freiheit gewonnen, die Gerechtigkeit hatte gesiegt, und wir konnten endlich in Frieden leben, frei von Rachels Schatten. Untertitelung des ZDF, 2020